ja jo freunde was geht ich find's davon noch zocker heute zocken wir mal wieder gta heute sind das meine tage ziele eine habe ich jetzt schon gemacht aber ich habe mich leider gestunt gehabt weil ich so schlau bin und ich gemerkt habe dass ich meine sprechzahlen nicht richtig habe aber das ist ja einfach habe ich ja gestern schon erklärt einfach security surf und dann nach arbeitssuche und dann einmal kurz rausgehen dann wird das da unten jetzt stehen aber weil ich ja so schlau bin hatte ich mich gestummt und ja das sind meine heutigen tagesziele nein nicht das auto das auto da sind wir heute meine tagesziele und ja bis gleich entweder machen wir jetzt die doomsday heißt auf ausrüstung mission oder export also halt von mir eine fahrzeug lieferung bis gleich wir machen jetzt die fahrzeug lieferung anstatt die doomsday heißt aus ausrüstung mission weil ich glaube das muss erst mal in der lobby auftauchen ich glaube das so eine lobby mission dass man da jetzt irgendwie so wahre oder sowas stehlen muss keine ahnung wir machen dann erstmal die fahrzeug lieferung und dann gucken wir mal ich mach doch lieber die oberklasse also insgesamt bekommen wir ja nur 80.000 sondern die fahrzeug lieferung unsere dmv was ich noch sein kann ich kann vlärts fahrzeugen ich bin ich kann ich kann Not bad, you ask me. Jetzt werden eh welche Abfucker kommen, nämlich schrotten, das weiß ich jetzt schon. Und auch, äh, es werden auch Gegner kommen, also halt normale Gegner. Ach, 4 Kilometer, der gar nicht. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass sie mich nicht töten. Ich hoffe jetzt, dass sie sich nicht töten, dass sie sich nicht töten, dass sie sich nicht töten. Oh, da vorne ist schon einer mit dem Kopfgeld. Ich hoffe jetzt einfach mal. Er campt dann im Waffenladen, okay, das ist gut. Hab ich Glück gehabt, dass er im Waffenladen campt. Fuck, ich krieg noch 100.000. Jetzt ist zum Glück nicht so eine Rotermacke. Oh, hier ist auch noch 100.000. 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 ach danke dafür wo der Herr kann auch Auto fahren halt Fahrzeuglieferung haben wir jetzt und dann bis gleich so endlich jetzt mal auf sehr professionell erstmal eine Basis gekauft weil bei Sam der jetzt gerade auch mit mir zockt der hat die Missionen leider schon alle gemacht deswegen konnten wir die Ausrüstung nicht machen hoffen wir mal dass es richtig ist wenn nicht dann fick ich dieses Game und mein Auto ach fuck mein Auto ist in der Basisdecke ich bin so lost mein Auto steht genug vor deiner Basis aber wie kann man mein Auto kann man nicht mehr benutzen so wirklich ja ich geh kurz runter rechts 20 mal mit dem UPN atomisierer drauf schließen muss warum weil ich einfach im Baum hink ah ja hoffen wir mal das ist das Richtige ich habe auch sehr sehr schöne Bilder hier an der Wand das ist eigentlich recht fresh seht ihr ich mach grad Dings Sanitäter ja du kannst wie ja Ausrüstung muss ich holen doch das ist mein Tages-Solo-Affen ja guck da schließe eine Doomsday heißt Ausrüstungsmission ab da gibt es einen einfachen Trick was halt einfach die Callen anrufen wie ja nur was anrufen ach so ja ich weiß weil ich äh mein Auto trotzdem draußen haben wollte nicht einsteigen Sam ich ruf einfach den Notfalldienst äh klippt das wirklich hallo das ist 9-1-1 bleib doch mal hier geh mal weg Notat klappt das wirklich du hast du gekauft was was habe ich gekauft also ganz äh ja so wie du ganz so oben ganz so oben ganz oben links guck hier da ist ja mein Bunker und mein Nachtclub ist hier irgendwo ganz unten da bester Nachtclub der Welt ja und hier zerrt irgendwas oder hier steht ja die kommt zu mir äh warum ist da ein Haar ja das ist jetzt fangen wir mal gar nicht wo bist du da kann ich einsteigen ja guck als ob das wirklich klappt man das ist ja sogar voll der Heck kapper junge Sender ey kannst du Auto fahren junge ja kann ich einfach zwei mal gegen die gleiche scheiße schon sehr dunkel aussteigen aussteigen ja dann nicht oder aim am Start Dankeschön fahr einfach zur Basis jetzt nein wir müssen einfach nur zur Basis jetzt fahren wenn das nicht also wenn das äh wenn das jetzt die Vorbereitung der Mission ist dann wärs geil also Doomsday heißt ja guck du musst so verstehen ach schüttel die Cops ab für eine Vorbereitungsmission für das Ziel hä ach schüttel die Cops ab aber brauchen wir nicht letztes anrufen ja du musst jetzt drei Vorbereitungsmissionen für die Vorbereitungsmission nein ich muss eine Doomsday heißt Ausrüstungsmission abschließen ja mach ich doch gerade jetzt oder nicht das ist so eine Ausrüstung so wie die Deluxus oder die Akula oder Deluxus echt ja ja hast du jetzt weggekauft ja ja mein die werden zu uns gekommen ausrüstungsmission abgeschlossen ja ausrüstungsmission ja ja und das waren das wie Doomsday heißt ne mit deinem Berliner ja 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 man digga dankeschön pack dein scheiß dickzack ja ok das was tees mit der scat guck die 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 Untertitelung des ZDF, 2020